Flink flitzte der Filzer über das Blatt. Hier noch ein paar grüne Nadeln, da noch eine rote Kugel und gezeichnet war der Christbaum. Amelie war zufrieden. So gut war ihr bislang noch keiner gelungen. Nun setzte sie ihren Namen unter die Karte mit dem Weihnachtsgruss. Fertig. Und noch eine Karte. Ganz schön anstrengend. Sie legte sich ein weiteres Papier zurecht. Wenn das ihre Großeltern wüssten. Auf einmal hörte Amelie ihr Mami kommen. Gerade noch schaffte sie es, den Haufen mit den fertigen Karten zu verdecken. Dann ging die Zimmertüre auf. Amelie, fragte ihre Mutter, magst du lieber süße oder salzige Krebs zum Snacht? Mh, das war eines von Amelies Lieblingsgerichten. Süß, antwortete sie knapp, weil sie nicht wollte, dass ihr Mami hereinkam. Warum tust du denn so geheimnisvoll? fragte die Mutter. Tu ich gar nicht, erwiderte Amelie. Sie sei bloß am Zeichnen. Zum Beweis hielt sie das Papier hoch, auf das sie in Windeseile ein paar hübsche rote Weihnachtssterne gezeichnet hatte. Die sind auch süß, antwortete ihr Mami und verschwand wieder in den unteren Stock. Wenn ihre Eltern wüssten. Bis zum Abendessen wollte sie unbedingt fertig sein. Schliesslich musste Remy die Weihnachtskarten auch noch verteilen. Flink flogen ihre Finger über das Papier. Dann schnitt sie noch die gezeichneten Weihnachtssterne aus. Das waren die Briefmarken, die sie nun aufklebte. Sie war riesig gespannt, wie ihre Großeltern reagieren würden. Denn die schönste Karte war für sie. Wie auch das kleine Druckli, das schon die ganze Zeit auf dem Tisch stand. Amelie schaute noch einmal rein und schloss sanft den Deckel. Auf einmal hörte sie im Garten etwas scharren. Das war Remy, ihr Rentierfreund. Geschwind nahm sie die Weihnachtskarten sowie das Druckli und verbarg alles unter ihrem Pulli. Wieder scharrte es. Sie öffnete das Fenster und rief mit gedämpfter Stimme. Ich komme gleich, Remy. Dann stürmte sie die Treppe hinunter und konnte gerade noch vor der Wohnzimmertür abbremsen. Betont gemütlich schlenderte sie vorbei. Ihr Mami war dabei, den Esstisch zu decken und schaute verwundert. Was ist denn los? Ich will nur kurz nachsehen, ob es schon wieder schneit, fabulierte Amelie und ging weiter. Kaum aus dem Blickfeld der Mutter rannte sie weiter. Wenn ihr Mami wüsste... Draussen im Garten wartet Remy ungeduldig auf sie. Er hatte ein Zaumzeug an und hatte zwei grosse Jute-Tragtaschen mitgebracht, die er auf dem Rücken trug. Darin waren bereits zahlreiche selbstgemachte Weihnachtskarten von anderen Kindern verstaut. Nun steckte Amelie ihre Karten und das Geschenktruckli ebenfalls in einen Jutesack. Vom Mädchen unbemerkt stand seine Mutter am Fenster und beobachtete es. Aber alles, was sie sah, war Amelie, die mit einer Tragtasche hantierte, während sie mit der Luft plauderte. Pass gut darauf auf, flüsterte sie zu Remy und kaulte ihn am Ohr. Das Rentier blähte seine Nüstern und blinzelte. Was wohl Ja bedeutete. Dann stapfte es davon. Wenn das ihre Großeltern wüssten. Amelie ging zurück ins Haus. Dabei stellte sie sich vor, wie ihr Großvater morgen seinen Briefkasten leeren würde, wie er die Karte und das Druckli herausnehmen und beides mit grossen Augen anschauen würde, wie er dann wieder hinein in die warme Stube gehen und die Überraschung ihrem lieben Grossi zeigen würde, wie nun beide staunend Amelies Weihnachtskarte lesen würden. Dann würden sie sich umarmen. Da war Amelie sich ganz sicher. Und bestimmt würden sie glänzende Augen haben, stellte sie sich vor. Am nächsten Morgen stand sie früh auf. Sie wollte sehen, wie ihre Eltern die Weihnachtskarte entdeckten. Aber noch ehe sie sich verstecken konnte, klingelte das Telefon. Amelie, rief ihr Papi, es ist ein Grosspapi. Schnell hatte sie den Hörer in der Hand. Mein liebes Kind, hörte sie ihn sagen. So eine Freude haben Grossi und ich schon lange nicht mehr gehabt. Danke für deine wunderschöne Karte. Amelie schluckte. Durchs Fenster sah sie Remi im Garten, der ihr zunickte. Gern geschehen, lächelte Amelie. Und ihre Augen glänzten jetzt auch. Gern geschehen, lächelte Amelie. Untertitelung des ZDF, 2020